einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen vor unboxing und diesmal der home control raum thermostat das ist halt für den raum den werden wir uns jetzt als nächstes unboxen ich habe auch schon die einzelnen geräte dahin gelegt wo sie denn später angeschlossen werden sollen ich werde smart home control center wahrscheinlich doch mit lan anschließen weil ich dann den verteiler machen werde auch sehr süß der ist ja so klein auch gott ist der goldisch den kann ich aber auch garantiert nicht ankleben weil der hat auch ordentlich gewicht den muss ich so wie aussieht anschrauben hoch runter okay gut ich jetzt zu viel mache wir sehen uns gleich im hardware video wieder ich zoome euch mal ran dann seht ihr was damit bei ist das werde ich euch noch schnell zeigen einmal der raum thermostat dann wieder die checkkarte kontaktkarte die bedienungsanleitung und schrauben sieht man das schrauben und dübel so das soll es jetzt auch so weit gewesen sein wir sehen uns gleich im hardware video wieder bis zum nächsten Mal